Friederik, antworte mir, wo bist du? Friederik! Friederik! Geh zurück in deine Höhle! Wo ist dein Affe? Parian, Parian! Parian! Ihr habt sie umgebracht, ihr verfluchten Schweine! Bist du verrückt? Die war doch schon tot! Nein, Bruton, nein, tu's nicht! Nein, nein! Eine Frage, du Stinker! Was machst du nachher mit der Kleinen? Auf dein Wohl! Nein, geh doch noch nicht, Ullo! Gut, wo hast du sie geliebt? Professor Orla, wir müssen aufhören. Wir dürfen uns an diesem Verbrechen nicht beteiligen. Höre mich an, o hochverehrter König der Affen, du Holder! Ich neige mein Haupt vor dir. Zerdrück nicht die Blümchen, Gorilla! Das schickt sich nicht für einen artigen Affen. Und das willst du doch sein! Nein, die wirst du nicht auch noch töten. Du wirst für deine Verbrechen bezahlen, Orla! Ach, ich werde dich töten! Aufmachen! Machen Sie auf, Polizei! Schnell, geh da rein und rühr dich nicht! Kein Laut! Schlaf jetzt! Ja, hast du Ruhe! Goto wird auf dich aufpassen! Aber jetzt, jetzt muss ich dich verlassen! Mein Freund hat sich einen Strauß Blumen verdient! Hier, atme den Duft der Blumen! Du wirst nie mehr etwas anderes atmen können! Nie mehr! Ja! Das ist ein künstliches Wesen. Und ich, Professor Orla, bin sein Schöpfer. Wie viele Menschen sind schon in diesem Tank verschwunden, nur um ihrem Größenwahn und ihrer Eitelkeit zu dienen? Wie viele Menschen... Goto, hilf mir! Wir haben schon wieder eine Leiche gefunden. Ein Student, ein gewisser Hellbürger. Er ist mit einem Kissen erstickt worden. Ich weiß, ich habe nicht mehr lange zu leben. Und die wenigen Momente, die mir noch bleiben, will ich genießen, Goto.